Hier haben wir eine normale Innenkabine. Anderen sind immer wieder dabei. Die Landausflüge sind schon gebucht. Wenn wir vorab schon was gebucht haben, habe ich mir das hier aufs Zimmer gelegt. Hier hinten im Spiegel ist der Safer. Da muss man immer dran denken. Telefon hat man hier. Flatscreen. Und Toiletten sind alle gleich wie in allen anderen Kabinen. Ich bin der Hubert. Ich zeige euch das Schiff. Ich hoffe es gefällt euch. Und ihr habt viel gesehen.